ja aber das ist ja so wie jetzt wenn du sagst du fährst du Auto in deiner Stadt und überall anders warst du noch nie gefahren jetzt ganz ehrlich Spaß ist aber ein gutes Argument Straßen bleiben Straßen Metz bleiben Metz ja dann verfährt man sich dann halt mal aber dafür weiß man dann das für das nächste Mal das wo man abbiegt gut allein jetzt in diesem Match hast du schon mal gelernt was Themen ID und und wo ist der A-Turm wo ist der A-Turm noch mal das hat mich komplett gekült mit dem Turm alter ich hab's echt so gekappt an diese nice Clip Funktion alter was mit Turm was mit Turm warte mal ich suche raus warte mal find ich den hier ich glaub ich hab davon Clip gemacht die sollten mal Clip noch nicht bearbeitet standardmäßig eine Minute machen und nicht 30 Sekunden was ist das ey der hat keine Ahnung hast du's gefunden? ja ja sende mal ja 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 Was? Ey, der hat keine Ahnung. Der Gloom ist so geil, Alter. Der Turm, der Turm, wo ist dein Turm, Bruder? Er hat einfach kurz Cobblestone gespielt, Alter. Ja, Mann. Du warst einfach so out of space, dass du einfach eine andere Rette gespielt hast, Jojo, Alter. Vertigo. Ich mag Vertigo, Alter. Ich mag auch Vertigo. Schon Ewigkeit nicht mehr gespielt, die Map. Hoffentlich haben die so einen Turm geedit, Alter. Einfach jetzt wegen Jojo auf jeder Map, mitten in der Mitte, einfach so ein Turm. Wann haben die das mit diesen Tools eingeführt? Wann war man? Ja, wir haben gerade gedacht, sagst du, wann haben die das mit den Türmen eingeführt? Führt. Ah ja, wir spielen ja jetzt hier in einen Turm, aka Wolkenkratzer, ne? Ja. Also die ganze Map ist jetzt der Turm, Jojo, damit du Bescheid weißt. Oh nein, es geht wieder los. Hello guys. Hallo. Die haben keinen Bock mehr jetzt schon. Wo ist der Turm, Jojo? Hm, komm ich auch. Du wirst jetzt einfach nicht, finde den Spieler, sondern finde den Pool. Das geilste war immer noch, da war Ado halt nicht dabei, da haben wir PUBG gespielt und er einfach so, Jojo sagt einfach so, yo die Straße ist weggefahren oder sowas, das war so geil. Da, da ist einfach, da ist jemand, die Straße ist weggefahren. Seitdem einfach immer, immer in PUBG spielt. Du kannst wie auf der kleinen Map, könnte man auch mal wieder stoppen, ne? Ja, du kannst halt momentan nicht entscheiden, was in der Map kommt. Was? Ja, haben die... So, die Papi ließ das sowas von einem Scherben, Alter. Ja, das machen die ja immer, ne? Eigentlich nicht, nein. Du kannst zwar schon länger, Bro. Hä? Die machen es immer abwechselnd. Die machen es immer abwechselnd. Ja. Eine Season mit einer Season. Oh, Mann. Hallo. Hallo. Hallo, Bro. Hallo. Hallo. Hahaha. Hahaha. Do you like his voice? Hahaha. 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 Yep. Ramm, Ramm. WERE IS THE TURM, MAN? Wer ist der Turm? Wer? Wer ist das, man? Nice, das ist ein Blitz! Lauf zu Steppenpferden! Ok, jetzt ist es egal REN! REN! Gut Job Team Jungs, wir müssen mal wieder Mirage spielen, Alter Da kann man die Nova wenigstens verbieten Nein, Mirage, hab ich kein Bock Wir spielen einfach Office gleich Ok, die Nova kann man ja auch ergeben Ardo, ich sehe uns gleich in nem Office Match Nice, Blum Ardo? Don't know all? Ja Boah, wild diese Nova Diese Nova, von mir Lange Stengel da In nem Office Match Verteidiger und Terrorist Und dann Nova, das wär schon geil, Alter Das wär schon wild Aber dann auch mit der XM, wenn doch mal wilder Da kannst du dich einfach wegsprayen Nova Nova ist es, Junge Flashbang Ich hab nur Kollegen die Alle die Die gehen mir auf den Sack hier Mach immer wieder das gleiche Ich will ihn flashen, aber er ist nicht blind Meine ganzen Kollegen, die spielen alle nur Office, wenn die mal spielen. Und Jojo ist fast wieder in Fallschaden gestorben. Oh mein Gott. Die Schlemme einabreden. Ich spiele Deckung, das Arzt. Ne, wenn die Colts ist, deswegen soll ich einfach A durch. Ich bin der. Okay. Ich bin der. Ich bin der. Ich bin so richtig verwirrt, ja. Das Fleisch, absolut gar nichts an, natürlich. Ohoho, nein. Das ist das, 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 das ist das. Da ist ja gut die Straße gefahren, Junge. Die Straße war einfach so weg. Da ist ja gut die Straße weg. Arno? Ja? Guck mal, aus dem Fenster ist noch die Straße da. Ja. Die Straße ist nur da, tatsächlich. Wir haben uns aktiv die Straße gefahren. Let's go, Vivo! Der ist nur der Weckler. Der ist nur der Weckler. Was ist denn? Der hat sich nicht nur auf dem Weg gestellt. Das ist die Straße. deshalb halten wir helfen doch einfach straße weg Boah, wir werden so fest durch die ultime Zufelusage von den Gegnern, was du willst. Boah, aber... Ihr seid einfach zu gut, Jungs. Wir sind einfach zu krass. Einfach Deutsche The Walking Dead. Das hier ist einfach Left 4 Dead, die erste Map einfach. Er ist immer pecking. Er ist immer pecking. No, no. Man, mich facken diese kleinen Wege ab. Warum sieht die eigentlich alles so komisch aus? Ey, man block nicht, ihr Arschlächer. Ich hab keine Ahnung von wo. Ich auch nicht. Das ist irgendwo jemand, pass auf, wer auch immer du bist. Orange. Orange. Da ist jemand von oben auch. Was wird hier eigentlich gehalten? Komm, du hast AWP, Jodo, du schaffst das. Ich flash raus, ich flash raus hier. Flash kommt! Zwei von hinten. Two behind, two behind, two behind, two behind. Two, 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 two. Yes, yes. Ram, range. Ram, range. Digga, was macht der denn? Digga, was macht der denn? Smoke, alles gut. Der könnte nicht durchkennen, weil Smoke ist eine Waffe. Ram, range. Nice try. Wer hätte das gedacht? Oh man, nice try. Wir haben das perfekte Geld für eine Nova, würd ich sagen. Ja, glaub mal bitte. Du hast genug Geld. Och man. Ich dachte ich kann mich durchschnorren. Dieses Spiel meistens zum dritten auf dem Dingern, Alter. Warte, warte, ich flashe vor B, du pusht ihn einfach, okay? Nee, nein. Dann flashe ich. Dann flashe ich hier, hier und durch, oder was? Ja. Ja, oben. Und komm! Boah, jetzt ist der hinten, ey. Na, jetzt mach! Ja, was blöd, oder was? Ja. Flasher! Flasher! Ja, mit der Zeug. Die spielen nur, die spielen zwei B, also? Drei Mitte und eine A, oder was? Ja komm, wir pushen ins A. Zwei auf Bs und drei Mitte und eine A. Das ist ja nicht mal ne Ausstellung, ey. Ich hab leider keine Revolver ausgerüstet. Wunderbar. Nein, auf B. Haben wir ja auf B gesagt, ich verstehe jetzt gar nicht das Problem. Green! What is your problem? Green! What's your problem? Green! What's your problem? Weg! We gotta push push rush from! We, we said rush Awny! Gleich はい! Flash! who knows if there is fuego? ou o o o o o o $ . nen he up, los مسMoment Obdi Leul. Ich flash! Ich flash! das hat geschmeckt ich zeige euch jetzt hier ne profis nur kommt mal mit wir machen den kranken boost kommt folgt mir nein 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 den nicht den ich hier komm hierhin okay nimm du die waffe kurz ich mach ich weiß nicht genau wie man das hier hinstellen muss jetzt geh auf mich rauf und jetzt geh auch ganz nach rechts so weit wie du kannst und dann kannst du so ein bisschen nach hinten gucken siehst du ah ich weiß was du meinst da ne da ist doch so ne blaue dinge jetzt davor ja nein nein noch ein bisschen weiter kannst du dann kannst du ihn ein bisschen sehen ne ich seh ich leider nicht ja wenn er pieken würde der spaß okay wolltest du die Waffen wieder tauschen oder willst du behalten hä wo ist die hin war then war Und... Ich habe einen Plan. Ich habe einen Plan. Oh, das ist ein Plan. Oh, nice. Oh, nice. Aber wir machen das jetzt nochmal und diesmal gehe ich hoch. Aber du darfst nicht zu weit gehen. Du darfst nicht zu weit. Boah, ich hoffe, ich habe das noch im Gefühl, wie breit meine Hitbox ist. Das wäre lustig, wenn wir dann so beide runterfallen. Bitte abfall nicht runter. Okay, man würde es sehen ein bisschen. Oh, jetzt muss da jemand pieken. Warte, ich flash da hin. Von unten. Grenade. Oh, äh, Jojo, warte nicht nicht. Ich gehe mal hier hin, hier wo ich stehe. Hier wo ich stehe. Und puste hier. Ich glaube, der ist ja sogar links. Nur ein bisschen weiter links gehen. Links gehen, links gehen, links gehen, links gehen. Links gehen, links ... Links gehen, links gehen, links gehen... Oh. ich habe es gewusst beim elevatorraum oder kann ich überhaupt ja da wollte er wollte mich liefen der arsch das war ein handschlag war nice hast du nicht gespürt doch war geil wir sind so gut ja mal road to global mit den accounts sagt ihr gib mal kurz ein bisschen für diese runde wie abwp warum hast du jetzt keine awa aufgenommen da habe ich doch du bist so ein arschloch ne ich hatte die habe in der hand und dann hast du die runde überhaupt also aufgenommen habe ich ah du hals im maul die runde hast du die runde gedroht oder wie wenn mir das so richtig nett gesagt wird warum krieg mir mal diese runde die awp tot war nice weil du hättest dich einfach nur umdrehen die müssen ich muss direkt im von meiner sicht sah das echt funny aus ich muss mir echt das machen verkneifen ich muss mir echt das machen verkneifen ich muss mir echt das machen verkneifen ich bin so ah ok ich bin so oh lol null w denn warum hilft der so it's not fortnite er ist so ein steppenpferd er ist in der größten steppe der macht das guck er kann einfach zu füsen der gegner schlau wäre und hinter der boxen würde oh mein gott er hätte nicht die füsen können ja er hätte einfach hinter der ecke einfach die füsen können ja ja wisst ihr was ich mal geschafft habe das habe ich auf reddit gesehen und ohne witz genau die folge die runde darauf habe ich bei facet dann auch vertigo gespielt und es hat geklappt so die bombe war kurz vor hoch hier ich hatte 2 hp oder so ja ja und dann musst du runter springen und ich bin einfach runter gesprungen aber in so nem timing dass ich halt so gestorben bin das mache ich ja das versuche ich jede runde oder was ist falsch bei denen ja du bist hier genau hier genau hier ok ok genau hier wo ich stehe genau hier ach so ok mann das war so knapp ich habe womit gerechnet ja du hast dir zu viel zeit gelassen du arschloch ähm das kann ich erklären die waren nicht schlecht danke die die wirft die wieder runter alter hä nein ich hab's extra für dich mitgenommen hehehe 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 du bist so schlecht bist du runter gefallen ja hehehe hallo komm schaffst du's traust du dich von hier dahin zu springen ja let's go hallo komm schaffst du's ja let's go no hehehe ne hehehe hehehe ho losgo sauber sauer genusgort ardo wir warten auf dich lang ja ich bin so gut sorry achtung der pusht jetzt mit der pin 90 noch mal den bus aber jetzt schnell und los ja da ist echt keiner ich hab ihn durch die kante geht das minus 60 bei dennoch mit der glock die umfusten und was hat er jetzt muss er doch den gegnern zeigen dass man eine flash wirft ist auch ja immer ausschreiben immer dahin flashen in die richtung werfen die fläche in die richtung werfen die fläche auch gut sehen können ja das ist logisch ja so wie er ich glaube das war so ein flash kurs die automatisch los gelassen die runde zu vorbei war Duels! 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 Duels kaufen absoluten Geld. Ey, du bist so ein Arschloch, ne? Die haben irgendwie rausgekickt, schade eigentlich. Warum ist... Die Duels sind so gut, aber ich hab mein Team-Mate in den Kopf geschossen und jetzt hab ich nicht mehr... Ich hoffe, irgendjemand macht daraus mal so'n Remix. Ich seh' nicht! Ich kann nicht ahne, von welcher Flasche ich blind wurde. Da sind drei Leute raus, komm! Egal, Jojo! Das ist noch einer, der piekt da, der piekt da gleich. Der ist richtig close daneben. Noch einer, noch einer! No! Nein, es ist sicher! Negev! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Ok, ok, go, go, go! Ja, 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 ja! Ja, ja, ja! Schade, Jojo! Hä? Äh, Paul? Keiner Verkäufer, du. Du bist hier der Realverkäufer, Junge! Getränkemarkt bei Ardo! Du machst immer noch die... Du machst immer noch die besten Angebote! Du machst immer noch die besten Angebote! Deine Mann hat das beste Angebot! Ich wusste halt schon, dass es kommt! Ich hab mich schon seelisch drauf eingestellt! Keiner, einfach B! Ram, Ram! Wir haben einfach kein Headshat, Alter! Headshat? Ja! Headshat! Wir haben einfach kein Headshat! Wir haben einfach kein Kopfshat, Alter! Hahaha! Nice Übersetzung! Aua! Ich bin einfach stumpf B gepusht mit meiner Negev! Haha! 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 Ja! 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 貅 whaas! Perfee das Mino ist 60 er kriegt sich leben Push einfach! Einfach pushen! Oh nein, Ado hat wieder reingekackt Oh man, oh man, 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 man Die so, ja nice, come back! Come back Boah, lass sie mal gewinnen, bitte Ja, ja, okay, okay Komm, wir lassen jetzt alles unseren Teammates machen Ja, ja Ich will, dass die gewinnen Hallo, boosts hier hoch Jetzt, jetzt bin ich hier rauf noch Oh, warte, hier kann man auch so rauf, oder? Oh, Skilljump? Uh, let's, Jojo, Skilljump Oh, jetzt boosts Geht schlecht, egal Echt? Geht nicht? Egal, ich hab Flotgun Oh, na, B Oh nein, wir haben nur noch zwei Spieler Oh nein, wir haben nur noch zwei Spieler Oh nein, der hat reingekillt Wir müssen unsere Teammate dann töten Einer ist schon verlassen Nein, schnell, die Teammate töten, Teammate töten Schnell Nein Nein Ahaha, ja Nice Einer ist schon so offline gegangen Das war's Jungs, das war's Jungs Ich bin raus Der hat sich so auf den Tisch gehauen Warte, ich geh in die Friendlist von denen ein Da ist der Staubplatz Oh nein, wir haben ihre Freitagabend kaputt gemacht Wie so ne schicke Menschen, Alter Wir machen noch ein Timeout, dass der PC wieder hochfahren kann Wollen wir nochmal, äh, Freemantower Okay, der war mal, ich werd's verwechseln Dieser Patrick, der geliebt ist, ist auch noch da Der hat sogar zielst go wieder gestartet Let's go Oh fuck Wollen wir wieder Freemantower machen? Ja Wir lassen ihn jetzt gewinnen Oder unentschieden ist ja gut Unentschieden ist für beide ein Win Ist gut für unsere Teammates, die komplett gecarried werden Ah ja, stimmt Geht ja nicht overteilen dabei, aber Aber kriegt man dann, bekommt man dann genauso viele Punkte Ja, ich glaube das zählt als Win Besser, immer noch besser Welcome back Er ist Russe Ich glaub ich Großbritannia Fuck, wir sind so schlecht Hallo Oh nein Oh nein Oh nein Jungs, wir tun echt alles dazu verlieren Aber Oh nein, wir müssen unser Teamer töten Bevor er ihn tötet Die Bombe ist nicht geplantet Oh, ja, lasst euch Lasst euch euch alle töten Nein, lasst euch töten Nicht töten, nicht töten, nicht töten Ja Versuch zu knifeln Komm, komm, komm Ah, nice Naja Oh, er geht ein Oh, er geht ein Oh, er geht ein Oh, er geht ein Bande T-Mail er wäre schon wieder geliebt ist er schon wieder aufgegeben hat er sich hat er hat der der die Röckl will jetzt kommen weg im Endeffekt der gut werden machen an den Ruhigen er hat die Habe ich habe keinen der folgen und bringen sie um Wir müssen unsere teammates blocken, dass sie keine Kills bekommen. Ja, blocken, 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 in die Ecke blocken. Ja. Nein, Paul. Ja, ja. Ach, Mann. Was, Paul, ey. Was für ein Paul? Ich bin orange. Achso, das war Jojo, der ihn nicht geblockt hat. Unser cringy Gameplay. Digga, wir lassen die noch gewinnen. Ich will nicht gegen Freitagabend. Oh, ich hab 1 HP. Guck mal, was ich jetzt mache. Wenn ich den jetzt in der Luft kille, ne? Der war da nicht. Jetzt nicht. Oh, die gehen auf HP. auf HP. Ich bin noch B. Gute Nate. Sehr gute Nate. Warum? Ich kann nicht nur so flitzen. Ich wollte deinen knifeen, und ich wollte einen töten und dann nur knifeen. Aber dann ist er ebenso einfach. Er nimmt halt irgendwas ab. Nein! Oh nein! Was ist das? Was ist das? Lass uns nur mit Zeus spielen, ohne Zeus Oh ja! Und los! Und los! Und hopp! Full Flashpoint Er wartet einfach! Mit der USP Der hat auch Headshot und Hitze Der hat auch Headshot und Hitze Ja, der ist tot Ah, schade Nimmst du schon der nächste? Nimmst du die Klappe, die Bäume spielen? Die denken sich so, man, warum verschwenden die uns so Zeit? Ich will doch erst essen gehen oder so Der eine muss so essen gehen Wir wollen alle so offline gehen Wir machen es nur noch schlimmer einfach Anstab aus Mitleid machen wir es nur noch schlimmer für die so Idiot, Orange Idiot Fucking Idiot Green was your problem Green was your problem, eh? Green was your problem, eh? You idiots Yes, yes, we idiots, man You like to have fun in a video game, yes? You like to have fun in a video game, yes? Mhm, mhm, mhm Yes, yes, my friend Yes, yes Yes, yes Garby, and Payton Garnbils, 18, 18, Carboys in der Schauer Fκ, Bro, and義ks in der Schauer 18, Carboys, make him all the jungle in der Schauer Idiots Idiot Hothat buff garbos Der Cox-Trobing-Hard Zwei garbos Auch in die Art Vor allem eigentlich ist ja unser Ziel längst die Gegner hier ein bisschen abzufacken, aber unser Team jetzt facken sie aber noch viel mehr Ja Lass mal versuchen ein Team jetzt nicht in so ne Ecke reinzuflocken Jo, ähm Stimmt, stimmt, mehr den blauen Stimmt, mehr den blauen, ja, zurecht Und die gehen in A? Egal? Egal, egal, wir blocken den einfach Der muss den in ne Ecke rein Oh mein Gott, wir kriegen ihn noch Wir kriegen ihn noch bitte kick Ja, wir kriegen den Kick Lass das mal versuchen Immer so in ihren Fire und so rein rennen und in ihren Schiffen Und sein Molotov in der Nacht einlöpft Oh Jetzt block ihn Hätten blocken die Eier Hätten blocken die Eier Schade Schade, Schade, Schade Hätten Spawn den Versuch zu Äh, zu trappen Schonmal überlegt Games zu wechseln Bis ziemlich scheiße Ist so cringe Mann ist das cringe, Paul Eheh, das ist cringy 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 Schade, Schade, Schade Schade, Schade, Schade Oh, ich hab abgekürzt Blue, I show you something We gonna win these now We have to see We have to see We have to see Blue Ich glaub, der hat uns gemuted Egal Locken never Oh nein, er gewinnt das Oh, da ist einer Egal Egal Ja, ja 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 Nein, er gewinnt das Er gewinnt das Er hat genug Zeit Warum sind wir alle gestorben Oh nein Oh nein Das gibt's nicht Egal, er hat keine Zeit Oh, zum Glück Und dann Wenn's 14, 15 steht noch gewinnen Alter Nein, 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 bei 13, 15 so Ne, bei Äh, äh, bei 14, 15 Weil, so, letztes Match Und dann haben die alles umsonst gemacht So Ja Ich auch Ich bin dabei Den blauen, die blauen, die blauen Den blauen Den blauen, blauen Angriff Männer Ja, oder den lila Block Er blockt uns Er blockt dich Ja Oh, wir haben's geschafft, wir haben's geschafft Ja How easy to taste, you already seen Duken, Jungs Nein, nein, nicht duken, dann kann er ja da rüber, man War Ich bin zum Blauen, das gewinnen Weil du Diese Nails so richtig mit Schmack, so würfst Ah, ne, guck mal auf mein Flare Model Wie hatte die so, die so wirft so Wo Aber jetzt ging's für dich Nein, kann ich nicht, wenn ich gekickt h 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